Hallo, ich bin's, euer Rainer von Arktis.de und ich zeige euch heute die Wolf Films Timelapse Halterung. Damit könnt ihr coole 360 Grad Videos erstellen. Innerhalb von einer Stunde bzw. 120 Minuten dreht sich diese Halterung einmal um sich selbst. Und damit könnt ihr richtig geniale Zeitraffer Videos erstellen. Dank des Stativgewindes könnt ihr diese Halterung quasi mit jedem gängigen Stativ einsetzen. Und die Universalhalterung sorgt dafür, dass jedes Handy passt. Egal ob iPhone oder Smartphone, damit könnt ihr solche coolen Aufnahmen machen. Egal ob iPhone oder Smartphone. Untertitelung des ZDF, 2020